hallo leute und willkommen zu einem neuen video von mir und ja ich gehe hier im garten schön im stuhl im hintergrund sind leider ein bisschen bauarbeiten also nicht wundern wenn es eventuell mal ein bisschen lauter ist und ja ich habe eine neue sorte am start und zwar royal uns und schlechter witz incoming ich hoffe dass die sorte rund sich ist und nicht ranzig okay ich komme in die hölle aber egal der fängt ja direkt an zu ölen und ich habe heute für euch eine richtig krasse real life story vor allem real life story für euch im gepäck und zwar habe ich bei der story ein bisschen länger gewartet weil sie musste verjähren weil ich möchte da keine probleme bekommen deswegen ich habe darauf geachtet dass die story schon verjährt ist damit ich da keine probleme in der richtung bekomme und zwar soll es um das dunkle internet gehen ich beschreibe es mal so ich werde immer versuchen ein paar schlagworte auszulassen damit auch möglichst viele das video gucken können und dass hier nicht mal wieder eingeschränkt wird und so weiter und ja so lange warten wir auch ein bisschen nebenbei auf die wirkung und die kommt hier gerade an und will dass ich den den ball hier werfe ohne die ja jetzt ist auch beschäftigt und ja die story beginnt eigentlich damit dass natürlich ein kumpel von mir erkennt den kumpel der für mich immer was im dunklen internet bestellt hat er hat etwas bestellt das ist angekommen das war richtig nice aber ich hatte mich gewundert weil es war noch so ein zusatz mit dabei der für mich zu krass war also das war ganz merkwürdig weil ich habe etwas bestellt und ich habe sozusagen das doppelte oder dreifache bekommen vom gesamten her also ich habe was ich drei gramm oder sowas bestellt und ich hatte neun bekommen noch mal von anderen sorten und so weiter und so fort und das hatte mich gewundert und dann ja habe ich geguckt ob ich vielleicht irgendwie nachricht bekommen habe ob ich irgendwie kam das ein bonus ist oder so ein log angebot oder was auch immer und ich hatte eine richtig lange nachricht in in meiner inbox sozusagen und da war jemand der mir gesagt hat dass er mich kennt mich meine videos mein kanal und alles mögliche und dass er wohl ich weiß nicht wer genau diese person war also so namen und so weiter hat man da ja in keinster form ausgetauscht aber ich weiß halt nicht was der status von dieser person war ich würde mal sagen wahrscheinlich vielleicht ein vermittler oder keine ahnung der der deutschland korrespondent im dunklen internet keine ahnung also zumindest hat der mir etwas geschrieben was wie eine sehr krasse connection gewirkt hat also er hat halt gesagt du könntest sozusagen etwas bekommen und du musst dafür auch gar keine werbung oder sowas machen es war sozusagen er hat mir das ganze beschrieben ihm reicht es komplett aus wenn ich einfach nur die sorten sage weil das wohl sein seinen geschäftserfahrung mäßig ganz oft dazu führt dass die leute das so oder so finden das heißt leute suchen dann auch auf den plattformen nach diesen und jenen sorten und kommen dann zu ihm also wie so eine indirekte werbung deswegen habe ich auch am anfang extra erwähnt dass ich erst mal warten musste bis das verjährt ist damit ich da keine probleme bekomme weil es wird noch saftiger und zwar ja dann hat er so gesagt ja ich würde dir mal gerne ein paar sachen zuschicken und so weiter die wir so ein sortiment haben dann kannst du als sorten test und so weiter machen das hat mir ja halt auch wirklich geholfen was die sorten test angeht also das hat jetzt mit dieser connection nichts mehr zu tun die habe ich schon kaum gefühlt ein jahr später oder so habe ich die schon verloren weil ja auch auf diese markets im darknet gesperrt worden sind oder irgendwie eingeschränkt worden sind und so weiter und so fort das hat halt dazu geführt dass man so diese darknet connection gespräche relativ schnell verloren hat einfach weil was ich mein market geschlossen wurde und dann konntest du den nicht mehr erreichen weil ja alles so anonym war und so weiter und so fort zumindest da habe ich dann ein ganz neues care package sozusagen bekommen das wurde dann abgedroppt sozusagen aus dem flugzeug geworfen wie beim pubg oder fort oder was auch immer nee zumindest ja da habe ich ein richtig dickes paket bekommen und was da drin war also das war das war das war das krasseste was ich jemals in irgendeiner form bekommen habe also das war ungefähr so wie als hätte man mir einen coffeeshop geschickt nur nicht ganz übertrieben aber wirklich so wie als hätte mir ein brotbäcker was geschickt oder so also wirklich so eine auswahl wie als hätte man mir so von einem käserad so ein dickes abgeschnitten also da waren wirklich dinger dabei also ich will jetzt keine genauen mengen sagen oder sowas aber da waren wirklich so solche haschplatten dabei also die was ich sagen wir mal ja sagen wir mal so waren also so von der länge und dann einfach so ein streifen so was ich so zehn zentimeter oder so und und ja davon locker fünf verschiedene sorten dann ganz verschiedene öle oder wachs sachen oder was auch immer und das wirklich in übertriebenen qualität also das ist weit über holland qualität gewesen das ist eher so in der usa kanada region oder was auch immer also das war wirklich danach habe ich selten noch mal so was krasses in der richtung bekommen und dann wirklich halt auch verschiedene knollen mäßigen sachen ölsachen irgendwelche ganz speziellen so bubble hasch sachen die wirklich auch von der qualität her so krass waren und das war einfach nur glück und wie gesagt ich musste nichts machen also ich habe einfach wie als hätte ich das irgendwo anders bekommen bei einem bahnhofs dealer oder was auch immer und ich habe dann dazu videos gemacht und eventuell hat das bei irgendwem von meinen zuschauern dafür zugeführt dass sie das finden was ich dann aber gar nicht so unmoralisch finde weil gute qualität zu finden bisher ist nicht unbedingt was schlecht ist wenn man halt eh auf der suche ist etwas zu bekommen weil ich erzähle da ja gerne immer meine eine story dass ich mal ja ich habe eigentlich immer immer so meine safen leute gehabt sozusagen und irgendwann hat mal so ein kumpel gesagt so ja mein typ der bekommt jetzt was richtig saftiges und ich dachte mir so ja warum nicht so da habe ich so gesagt so ja ein 10er oder so kann man ja mal investieren sozusagen das mal auszuprobieren und das war halt dann das gras was mit haarspray gestreckt war und zwar richtig richtig krass und das war für mich so richtig richtig negative erfahrung weil ansonsten habe ich also nach meinen erkenntnissen zumindestens besonders durch safe quellen und so weiter keins mit streckmitteln konsumiert vielleicht mal irgendwie irgendwas mit sand oder was wollen wir das weiß man ja nicht man erkennt ja nicht alles aber ja wie gesagt einmal hat man es halt eindeutig gesehen aber ich hatte auch nicht so solche sachen wo man dann was ich geraucht hat und das war dann ultra kratzig oder hat einen die lunge zerfickt oder den hals zerfickt das habe ich schon ganz oft von kollegen gehört die haben dann gesagt was ich die haben was geholt dann haben die das geraucht und danach haben die was ich zwei drei wochen lungenschmerzen gehabt oder sowas sowas habe ich zum beispiel nie gehabt also da habe ich mir zumindest kein streckmittel reingezogen was dann einen direkt die lunge zerlegt und die connection war halt krass also dass man das dann bekommen hat das war natürlich dann auch für den kanal an sich eine gute sache ein guter aufschwung sozusagen einfach mal so eine auswahl zu haben weil das waren locker 15 verschiedene sorten oder sowas um den dreh und einfach mal 15 verschiedene sorten zu haben die man testen und ausprobieren kann richtig nice und dadurch sind auch solche videos entstanden wie zum beispiel die joints wo ich dann noch so ein bisschen bisschen hascht aufgesträuchelt habe oder wo ich so ein bisschen öl drauf gemacht habe oder öl dran geschmiert habe oder das 90 prozent THC öl und so weiter das war alles dadurch und das waren wirklich also das war auch das was versprochen wurde also wenn da was ich wenn du da 90 prozent THC öl hattest dann konntest du davon ausgehen dass das auch 80 oder 90 prozent hatte und dass das nicht so auf dem niveau ist von ja beste haze und dann ist es so mittelbeste und dann bist du vielleicht doch noch ein bisschen enttäuscht also das war schon wie gesagt das war krasse das krasseste ich hatte ja nochmal die story können wir auch nochmal kurz darauf eingehen mir hatte mal ein zuschauer was geschickt als ich ein postfach hatte und da muss ich im nachhinein auch sagen dass das postfach ein bisschen kritisch sozusagen war und die kannst du anders hecheln und da hatte ich ein postfach aufgemacht und da hatte mir auch jemand was geschickt und das war das war nicht so nice weil die person halt nicht dieses dieses dunkle netz mäßige verschleiern sozusagen genutzt hat sondern die hat das ding einfach in also die person in kam irgendwelche plastikbeutel und dann hat sie einfach nur ja klebeband also so panzerband ganz viel rumgewickelt wirklich ganz viel panzerband aber es war wirklich so dass ich als ich in diese poststation reingegangen bin schon gemerkt habe dass hier irgendwas sehr interessant riecht und als ich dann so mein postfach und so weiter gesucht habe ist mir auch klar geworden was hier genau so sonderbar riecht und das war zum beispiel auch richtig gute qualität aber da wurde mir auch gesagt dass das auch privat anbau sozusagen war mit von jemandem der auch wirklich darauf achtet richtig geile sachen zu produzieren und ja da auch wieder glück gehabt das war auch nice also da habe ich knollen bekommen alter du hast dir angeguckt wie auf einem foto wie man es so in so einem coffeeshop foto oder was auch immer wo leute ihr resort präsentieren oder was auch immer sah fast genauso aus und da zum beispiel jack flash war da ja zum beispiel eine sorte und die hat ihren namen alle ehre gemacht und da war auch trainwreck dabei auch eine sorte die ihren namen alle ehre gemacht haben also es waren so geile sorten alter jack flash ich bin dann mal mit dem fahrrad gefahren und dann habe ich den beim fahrradfahren konsumiert und sollte jedem klar sein THC wird über die lunge aufgenommen wenn du fahrrad fährst sportlich bist dann dann wird dein lungenvolumen noch mal ein bisschen besser die lunge kann alles besser und intensiver aufnehmen würde ich persönlich nicht empfehlen weil auch schadstoffe natürlich deutlich intensiver aufgenommen werden können ähm aber ja das war das war auch nice alter damit die wirklich dieser flash so wirklich günstig die sort jack flash und das wirklich so ein flash high gehabt das war das war eine nice erfahrung genauso wie mit ähm ja dass ich da zum beispiel die irgendwelche da habe ich habe ich manchmal überhaupt meinen sprachnachrichten zu der zeit geschickt und mich da richtig weggelacht weil die weil die sorte so nice war und ja das einfach mal so zu der richtung ich weiß gar nicht ob ich dann noch was zu erzählen kann ähm ich hatte mir zum beispiel noch mal so ein vape geholt also wirklich da habe ich mir nur dieses liquid geholt in dem fall mit THC und ähm ja das war auch zum beispiel richtig nice also ja ich würde eh Zigaretten und sowas würde ich auf jeden fall ganz stark von abraten das sage ich jetzt schon mal so einfach für die aufklärung für zwischendurch ähm aber diese THC liquids waren echt gar nicht so schlecht vor allem so auch für jemanden der jetzt nicht so mega bock hat zu rauchen aber trotzdem so dieses feedback haben will ne weil wenn du so eine so eine THC Zigarette da weg dampfst das ist natürlich vom feedback her ist das ein bisschen nicer als ein vaporizer wo vielleicht weniger dampf kommt oder essen wo gar kein dampf kommt oder keine ahnung was auch immer man machen will ähm ja das war eigentlich nice so ich wollte jetzt nochmal über die die sorte die ich jetzt mir gegönnt habe reden bevor ich es vergesse diesmal sogar mit planung im video die sonne jetzt jetzt gönnt sie nochmal richtig so das sind so nochmal die letzten die letzten aufstrebungen hier der sonne gegen ende des sommers deswegen geht nochmal raus und genießt es ja bevor dann der winter kommt man kann im winter ja auch genießen aber sonne sonne ist auch nicht schlecht ich habe es immer lieber ein bisschen wärmer in letzter zeit muss ich sagen so winter ist manchmal ein bisschen trist so wenn es früher dunkel wird wobei ich dann wieder den vorteil habe wenn es früher dunkel wird kann ich auch früher besser schlafen sollte man nicht unterschätzen und ja ich labere mir wieder zu einem zusammengekenntnis aber ich wollte das ganze auch als uncut video hochladen und das triggert mich dann immer indirekt dazu durchgehend durchzulabern und ja wie ist die wirkung also laberflash auf jeden fall aber das habe ich eigentlich immer ich musste sagen vom wieder ist es wieder dieser starre blick vielleicht merkt ihr das ein bisschen so dass ich ein bisschen so an der kamera vorbeigucke und ansonsten keine ahnung also körperlich finde ich ist gar nicht so stark dafür dass es eigentlich eine körperlich starke sorte ist kann aber auch an der art an mir an sich liegen oder daran dass es jetzt auch noch relativ warm ist sozusagen schwer zu sagen aber ich habe es ich habe die sorte auch schon vor dem video jetzt ein paar mal mir gegönnt um mir so ein bisschen sozusagen die wirkung auf mich wirken zu lassen und ich muss sagen ich finde die wirkung gar nicht so spannend also von den letzten sorten die ich so getestet habe ist das eigentlich mit die unspannendste sorte und deswegen kann ich da gar nicht so viel sagen also es ist ein richtig gutes schädiges neues high aber es ist jetzt nichts in irgendeine krasse richtung wo man jetzt sagen könnte die sind das so und so hier und da eigentlich nicht aber vielleicht kaum es muss ja auch sorten geben die nicht so gut sind wie andere deswegen dachte ich mir mache ich trotzdem video zu vor allem weil ich ja meistens eher irgendeine story erzähle oder über irgendein thema rede und ja ich hoffe euch hat dieses kleine schädige video gefallen hier im hintergrund sind übrigens die schildkröten drin nur falls ihr euch fragt was das im hintergrund ist und ja ich hoffe euch hat das video gefallen wenn ja lasst gerne einen daumen nach oben da und schreibt wie immer themen in die kommentare das wäre wirklich sehr wichtig ich brauche immer themen damit ich überhaupt ein video beginnen kann sozusagen damit ich auch über irgendwas labern kann weil für mich ist es ganz schwer sich selber themen auszudenken um die dann in den videos zu benutzen weil ich dann immer denke das thema ist vielleicht nicht so nice oder vielleicht kritisch oder was auch immer deswegen gerne eure vorschläge schreiben weil dann kriegt ihr eher das was ihr wollt und ja gesagt lasst einen daumen nach oben da und bis zum nächsten video ciao